hey Leute heute mal was anderes wieder mal ein bisschen Abwechslung wir spielen heute Wumble mal seit langer Zeit mal wieder ein bisschen mit ITEMS und in ITEM 3 vs. 3 ein 3 vs. 2 na gut hier kommt der immer sein Computer rein aber na gut wir haben jetzt hier wieder verschiedene ITEMS ihr habt das vielleicht oh Gott mein Motorrad kaputt gemacht ihr habt das ja schon mal auf meinem Kanal gesehen diesen Spielmodus wir bekommen verschiedene ITEMS und müssen versuchen ein Tod zu schießen die Sorge zu finden wow ich hab 10 Punkte das macht man schon auch einfach mal wieder ach Gott damit wir mal ein bisschen Abwechslung zum 2 vs. 2 Rank Modus bekommen damit wir nicht immer nur das gleiche haben ne das wird ja nämlich auch dabei auch langweilig verschwinde Aua das ist halt echt ein Übelstart Modus wo es hin und her geht wo man auch erstmal wieder reinkommen muss ah schade war ein guter Versuch jetzt hoffen dass der Gegner kein ITEM hat doch die haben ITEMS getauscht Aua so ich hab die super Punch das heißt wenn ich jetzt ein Ball kriege kommt ein übelster Schussball raus oh man das wär toll ich kann nicht mal nutzen aber wenn ich relativ coole ITEMS habe schießen wir im Tor oder der Gegner und Tor das ist ja auch nicht so coole ITEMS gehabt wenn wir wegtreten und einmal na gut den Stingshot die war relativ gut die hab ich auch ein bisschen verkackt so jetzt mal gucken was wir kriegen oh ja Spikes das beste ITEM EU oh was nein ich hab meine Spikes missbraucht nein oh nein jetzt war meine Spikes weg ach nö ach man ich wollte gerade mit den Spikes die ich noch hatte in dem Moment deaktivieren die sich dann hätte der Ball durch eine geklebt und ich hätte schön geklärt aber nein ach komm oh Entschuldigung nach Vorbeikontakt alter ach ach 3 3 hin kommt jetzt das hat echt ein krasser Mix aus ordentlich Rocket League spielen und ITEMS einsetzen oh ist auch knapp nice so den haben wir auf jeden Fall geklärt ach ach schade jetzt wurde ich getauscht ok dahin getauscht ok pow wenn wir den jetzt freezen ah aber der entfreezt ja jawoll sowohl also knapp ach 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 besser ich hoffe wahnsinnig gut wir haben schon den anstoß und jetzt mal gucken dass wir um so jetzt immer wieder back in the game haben den magneten das man kurz warten dann würde sturm jetzt wieder getauscht als sie ja schade als zwei okay wir können wieder fließen ja ja da auch ein sauknapp wenn wir jetzt den ball gut zu retten hat einer aber ich war ein ich wollte gerade fließen da hätte ich vielleicht das tor noch für mich gekriegt und dann klauen sie ihn noch das tor mit den punching balls ach dieser spielmodus alter die klauen hier nur die tore das ist so geil schaden ich krieg 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 das panisch im ball nahe ist wenn man die jetzt ordentlich einsetzen dann schießen wir jetzt ein tor oh gott oh oh schade war ein guter versuch eigentlich weil er letztendlich doch den festen getroffen hooo halleluja nein nein auch kommen ooooh ekelhaft schade naja naja nach hinten jawoll nein unfall wirbelsturm aber die muss ich jetzt eigentlich nicht loswerden wirbelsturm wuuhu i believe i can bekommen noch ein neues item was was willst du mich verarschen spiel ich hab den punching ball benutzt ja jetzt genau dagegen uns nichts passiert oder was oh spikes nein wie was ist das natürlich scheiße und zum abschluss dieser folge gibt es noch eine kleine runde zwei versus zwei nachdem ich jetzt keine lösse mehr habe auf bambu kann ich gar nicht verstehen doch es ist einfach nur ätzend die spieler gut sind und dass es hier keine items gibt ne da fahr ich nicht vor nice boah ekelhaft den haben wir noch gesaved den haben wir noch gesaved naaa schade hätt ich fast noch gekriegt aber eben nur falsch von schluss auf unser tor aber mit ue nice den habe ich gekriegt den haben wir zusammen vorgebaut Pau, 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 Pau. Oh, Lululia. Oh, nein. Nein, nein. Das tue ich. Ja. Ja. Oh, geh rein. Oh, Mami. Ach, komm, Lel. Jetzt leg' mich am Arsch. Kann mir das noch gewinnen? Ich weiß es nicht. Pass. Oh, das gibt's nicht. Oh, genau. Ich wollte nichts damit erklären. Alter. Nein. Wie viel Pech können wir schon wieder haben, Alter. Nein, 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 nein. Nein, er hat mich berührt. Ach, komm jetzt. Jetzt reicht's mir, ey. Das ist doch nicht wahr. Oh, nein, ich war zu langsam. Nein. Ah, wieso war ich da zu langsam? Ah, er war auch schlecht geflogen, dann bin ich gegen Pfosten geflogen. Ah, bin ich auch nicht ganz hundertprozentig an den Ball gekommen. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße? Ach, ja. Fuchel. Ich bleib einfach mal mitten in dem Match stehen. Meine Fresse. Warum bekomme ich immer solche... Oh, sorry, ich bin noch von vorher. Ich stelle das einfach aus. Geil. Jetzt spiele ich noch alleine. Sorry, Alter, steckt jetzt ein Sorry irgendwo anders hin. Okay. Ich kann doch eigentlich nur nicht kurven. Oh mein, schützt am Tag. Oh. Boah, ich bin schon wieder auf 180 Schrei. So ein Bullshit. Ha, da steht der. Ah, nee, ich habe 190 Punkte. Ich hoffe, man hat den Job gerade verstanden. Der war schon wieder so schlecht. Ich bin ja 180, weil ich 180 Punkte habe. Ah, nee. Fallowick-Zier. Oder es ist ein Controller bei alle. Das kann natürlich sein. Dann will ich nichts sagen, wenn er plötzlich AFK war. Aber... Trotzdem... Trotzdem... ...ist es ätzend, wenn mitten im Spiel... ...Domate weg ist. Nein, der hat mir beim Bus geklaut. 30 Sekunden, das kann man noch gewinnen. Komm, 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 komm. Ich habe keinen Bock zu verlieren. Ich bin gleich einer Dummheit. Ach, nein. mal die treffer na gut in diesem sinne sehen wir uns in der nächsten runter macht es gut hier 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 hier